Diese Droge macht vor nichts Halt. Es hat mir meine Kinder genommen, meine Freiheit, meine Zähne. Ich gehöre nicht mehr zur Gesellschaft. Es hat viele Namen. Crystal, Ice, Tina, Crank. Die meisten nennen es Meth, kurz für Methamphetamin. Es ist stärker und billiger als Kokain. Bei einem normalen Rausch ist es zwischen sechs und zwölf Stunden heil. Und es lässt sich im eigenen Gang herstellen. Wenn ihr mich an der Schuhe, die sich von Kahn, kann auch mit der Familie herstellen. Kommen Sie bitte in das Reichstag und erholen Sie mit uns ein immer ernster werdendes Problem weltweit. Von mexikanischen Mensch-Schmugglern bis hin zu einer asiatischen Nation in der Krise. Wir füllen heraus, wen es trifft und wem es schadet. Und wir zeigen die Messer noch, die zerstört. Körper, Geist. Ich bin ganz ruhig, ganz ruhig. Und Seele. Das ist der Blick auf die ewige Kiste, die fähigste Welt. Das ist der Blick auf die ewige Kiste, die fähigste Welt. Das ist der Blick auf die ewige Kiste, die fähigste Welt. Das ist der Blick auf die ewige Kiste, die fähigste Welt. Das ist der Blick auf die chapter. Wid Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Scheiße man Kresslauf Oh Scheiße man Kresslauf Oh Scheiße man Kresslauf Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020